17 Jahre, das muss man sich mal vorstellen, 17 Jahre, weil Ted Heroin gespielt hat, in der Band. Deswegen war das erste Mal. Bodo spricht jetzt das zweite Set von mir. Wir müssen natürlich eine feierliche Übergabe der Sticks machen. So einfach hier, dass wir nicht... Also Elmar, unser langgedienter Drummond seit 2013 ist er bei uns. Wie alt warst du damals? 14? Oder 15? 16. 16, ja. Warst du bei uns und du bleibst uns ja auch noch für ein paar Gigs erhalten. Wir machen da so einen fließenden Übergang, damit wir das überhaupt mental ausgleichen. Das ist ja nicht so einfach auch für uns. Diese Trennung schmeißt sich hier ganz tief drin. Ich hab mich immer mitgenommen. Ja, das musst du selber machen. Machen Führerschein, Manni. Das dich das auch nicht mehr machen. Ladies and Gentlemen, unser neuer Mann war Toto, unser alter Grander Elmar. Die feierliche Übergabe der Sticks. Einen Applaus für sieben Jahre, fast neun Jahre. Für die OJs. Aber gespannt, wie die so live sind. Wie die so live sind. Ja, das können wir mal in der Füße. Ja, das ist genau. Ja, das sind ja nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020